Komm, mach mal Licht, komm, mach mal Licht, dann wollen wir doch auch passieren, ob das ne Sache ist, wer will denn nicht? Sie suchen Arbeit? Haben Sie eine Wohnung? Für sich allein? Warten Sie. Kommen Sie, ich hab nicht viel Zeit. Wir können Geld verdienen, viel Geld. Sie sehen jemanden sehr ähnlich. Eben. Meiner Frau. Jetzt, wo sie tot ist, hat sie Geld. Als sie noch lebte, hatte sie keins. Was? Warum? Sie und ihre ganze Verwandtschaft sind umgebracht worden. Geh lang. Geh lang. Sie können einen hinteren Raum hier haben. Ich schlafe hier vorne. Ich komme nicht an die Erbschaft drin. Es gibt kein Nachweis, dass sie tot ist. Vielleicht lebt sie ja noch. Sie ist tot. Sie sollen meine Frau spielen. Ich werde ihnen alles beibringen. Und dann werden sie als Überlebende zurückkehren und das Erbe antreten. Und wir teilen. 20.000 Dollar sind sicherlich für sie drin. Ihnen muss natürlich klar sein, dass sie die in den nächsten Wochen nicht raus können. Niemand darf sie jetzt mehr sehen. Um Essen werde ich mich kümmern. Da steht noch ein Bier. Ein amerikanisches Bier. Johnny! Bitte nennen Sie mich nicht so. Wie soll ich dich denn nennen? Johannes! Später von den anderen können Sie wieder Johnny zu mir sagen. Und bitte duzen Sie mich nicht. Welche anderen? Ja, wenn Sie zurückkehren als Überlebende. Wie heißen Sie eigentlich? Nelly. Wer ist da? Es gibt nicht mehr viele dieser Eisen. Wie hieß denn Ihre Frau? Nelly. Ich bin Ihnen viel wieder zurück. Bitte lassen Sie mich ausschlafen. Sehe ich ihr sehr ähnlich. Nein, aber weiter. Und wieder zurückkehren zum Ende! Vielen Dank.